Sind das nicht tolle Strukturen? Wie einfach das geht, zeige ich dir in diesem Video. Ja und dann geht es auch gleich schon los. Wir müssen zuerst die Spachtelmasse herstellen und dazu wiegen wir 200 Gramm Marmormehl ab. Ich mache das hier tatsächlich auch mal mit der Waage, dass ihr das seht. Später, wenn man ein bisschen mehr mit Marmormehl gearbeitet hat, dann hat man das schon im Griff, wie beim Kochen früher die Oma gesagt hat, du siehst das dann schon. Aber jetzt am Anfang wollen wir das sehr genau machen. Zu den 200 Gramm Marmormehl kommen dann 180 Gramm Binder, das heißt ihr braucht also immer zehn Prozent weniger Binder als ihr Marmormehl nehmt. Und das sind Gewichtsmaße, also ihr müsst wirklich mit der Waage vorgehen. Es geht nicht um Volumen oder Liter, sondern es ist wirklich das Gewicht. Ja und dann muss das Ganze gut verrührt werden. Das ist am Anfang so ein bisschen sperrig und das scheint auch im Moment das Verhältnis nicht richtig zu sein. Aber wenn ihr es gut durchmengt, merkt ihr irgendwann das passt und der Teig ist richtig, wenn er schmatzt. Man hört das dann auch später, wenn man dann nicht mehr abwiegt, sondern wenn man die Sachen so zusammenpappt, dann weiß man, jetzt ist das Ganze in der richtigen Konsistenz. Wenn es jetzt an das Auftragen der Spachtelmasse geht, ich nehme ein Mahlmesser, also kein Spachtel, sondern ein Mahlmesser und ich nehme die Rückseite. Ich nehme den Teig, die Spachtelmasse mit der Rückseite des Mahlmessers, weil ich dann direkt auf die Leinwand streichen kann. Und ich empfehle euch jetzt für eure ersten Arbeiten einfach mal die ganze Leinwand mit Marmormehl erst mal dünn zu grundieren. Man kann natürlich auch Marmormehl später nur an einigen Stellen der Leinwand auftragen, das hält auch ganz gut. Aber es ist immer ein bisschen schwieriger, wenn man so singuläre Stellen hat, also wo etwas Marmormehl ist und der Rest ist Leinwand vielleicht. Dann ist es später beim Bemalen etwas schwieriger, diesen Übergang zu finden. Und deshalb rate ich euch im Anfang tatsächlich mit dieser flächendeckenden Weise erst zu arbeiten. Also erst einmal dünn überall drauf. Es macht auch Spaß, das aufzutragen. Das werdet ihr merken. Es ist auch nicht kritisch, das Material heißt, das ist nicht sofort trocken, sondern ihr könnt da also locker eine halbe, dreiviertel Stunde das Material auf der Leinwand bewegen und immer wieder auch von vorne anfangen, wenn es euch nicht gefällt. Da ist Marmormehl ideal, gerade für Anfänger auch, die mit Spachtelmassen ihre ersten Versuche machen. Und nachdem alles grundiert ist, setzt ihr jetzt einfach ein paar dickere Stellen auf die Leinwand. Das muss nicht glatt gespachtelt sein, das wäre sogar eher konturproduktiv, aber macht auch keine Muster rein. Das Muster kommt durch das Material selbst. Das Marmormehl wird brechen und es werden tolle Risse entstehen. Und wenn ihr vorher dann Müsterchen gemacht habt, ist das so ein bisschen kontraproduktiv. Marmormehl hat Brüche, ihr habt Muster, das passt dann nicht. Lasst das Material von ganz alleine arbeiten. Das wird automatisch im Trocknungsprozess wunderschöne Strukturen bilden. Und wenn euer Werk dann fertig ist, dann muss das Ganze einfach nur trocknen. Bringt es an eine trockene Stelle, Heizung ist nicht schlecht, lasst bitte den Föhn weg, das bringt nicht wirklich was. Und lasst es zwei Tage gut trocknen, am besten noch belüftet von unten, also so ein bisschen aufbocken. Dann wird das von ganz alleine hervorragende Risse bringen. Und zwei Tage später habt ihr die schönsten Risse. Einige sind größer, das sind die dickeren Stellen gewesen. Einige sind kleiner gerissen, das ist dann eher der dünnere Bereich gewesen. Aber wenn ihr jetzt mal drüber fühlt über euer Werk, dann werdet ihr merken, da sind doch einige raue Stellen, gerade an den Rändern auch. Es ist nicht schlecht, wenn ihr mit ein bisschen Schleifpapier drangeht. Es werden sich ein paar Klümpchen lösen. Seid nicht traurig. Es ist gut, wenn das nicht wirklich fest war, dass es jetzt runterkommt, als wenn es später vielleicht mit der Farbe passiert oder dass es sich in den Pinsel setzt. Also das ist alles, was runterfällt, jetzt ist okay. Da merkt ihr gerade, ich popel da auch gerade rum, da geht es ab. Das ist okay. Das passiert immer mal. Und sollten große Schollen später bei dickeren Werken wirklich sich lösen, dann kann man die auch gut mit Acrylbinder wieder ankleben. Jetzt hier wird wahrscheinlich nichts runterfallen, außer so ein bisschen Staub und das Abgeschmirgelte. Nun kommen wir zum ersten Farbauftrag. Ihr seht, ich habe sehr viel weiß, dann ein bisschen gelb und ein bisschen dunkelbraun. Ihr könnt gern andere Farben nehmen, aber bleibt auf jeden Fall bei dieser großen Menge weiß bzw. ein helles Creme. Das brauchen wir für die Grundierung. Wasser ist nur im Moment dazu da, den Pinsel ein bisschen feucht zu machen. Ansonsten werdet ihr merken, ich arbeite überhaupt nicht mit Wasser, sondern ich nehme die Farbe so direkt vom Teller. Also ich arbeite gerne mit Porzellantellern, die kann man super gut sauber machen. Und ich fange auch in der Mitte an, weil in der Mitte hatte sich bei meiner Leinwand nach dem Trocknungsprozess ein schöner freier Bereich gezeigt, wo ich mir vorstelle, der könnte etwas heller bleiben. Und da fange ich jetzt auch an, das Ganze mit weiß zu grundieren. Das heißt nicht, dass das ganze Bild weiß bleibt, aber weiß als Grundlage ist einfacher, dann dunkler zu färben, als wenn ihr mit einer sehr dunklen Farbe anfangt. Wenn ihr das heller haben wollt, braucht ihr Unmengen von weiß. Ihr werdet das gleich sehen, wenn ich das erste Mal ein bisschen Farbe dazu nehme. Das Wichtige jetzt in diesem Auftrag ist, dass ihr möglichst auch wirklich in die Vertiefungen kommt. So, und jetzt gibt es das erste Mal ein bisschen Farbe dazu. Ihr merkt ein ganz kleines bisschen Gelb und schon schillert es also stark im Gelbton. Das heißt, Farbe setzt sich immer gegenüber dem weiß sehr schnell durch. Deshalb solltet ihr immer erst mit weiß quasi grundieren und dann die Farbe hinzusetzen. Ganz langsam zufügen und dann kann man dunkler werden und dann wird es auch einfacher, das Ganze zu steuern. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist das ganze soweit für die Grundierung fertig. Ich habe keine großartigen Highlights gesetzt, sondern einfach nur eine Grundierung gemacht. Ein paar Stellen sind heller, ein paar Stellen sind dunkler. Hier gehe ich noch mal mit dem Pinsel ein bisschen über alles drüber, verstreiche noch ein bisschen was und dann wird es ganz wichtig, dass ihr natürlich in diesem Augenblick auch an die Ränder denkt, dass die Ränder auch gleich mit eingefärbt werden. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, das Ganze ohne einen Rahmen direkt an die Wand zu hängen. Das kann es preiswert machen, das kann es sehr schön aussehen lassen, aber ihr solltet es bei jeder Schicht mit bedenken, dass der Rand mit gestrichen wird, so dass ihr nicht nacharbeiten müsst und die ganze Farbarbeit und die ganzen Farbtöne noch mal herstellen müsst, sondern wenn ihr das gleich bei jeder Schicht mitmacht, dann wird der Rahmen genauso aussehen wie euer Bild. So sieht euer Werk dann aus, wenn es getrocknet ist und es kommt die nächste Farbschicht und jetzt gehen wir ganz anders vor. Jetzt kommt eine dunkle Farbe, also in meinem Fall ist es braun, die ich ganz stark verwässere. Ihr seht, ich habe ein bisschen braun auf den Teller gemacht und ich verwässere jetzt auf dem Porzellanteller einen Teil der Farbe. Und mit dieser flüssigen Farbe wird nun das ganze Bild eingestrichen und dabei solltet ihr darauf achten, dass diese dunkle Farbe in die Ritzen läuft, die sich im Marmormehl gebildet haben. So werden die Risse viel, viel deutlicher. Ihr merkt das auch jetzt schon beim Zuschauen, dass die ganze Struktur noch ganz anders rauskommt, als wenn man nur mit der Farbe oberflächlich umgeht. Und wenn alles mit der Farbe bedeckt ist, kommt die Wasserspritze zum Einsatz. Dadurch dringt die dunkle Farbe nochmal deutlicher in die Ritzen ein und legt gleichzeitig die helleren Bereiche, die höher stehenden Bereiche auch wieder ein bisschen frei. Dann kann man das ganze noch ein bisschen abtupfen und dadurch auch nochmal die Dunkelheit oder die Helligkeit steuern. Und so spielt man letztendlich mit der Struktur des Marmormehls, bis es einem gefällt, bis man so die richtigen Highlights gesetzt hat. Das ganze muss dann trocknen. Es ist auch sicher ein halber Tag. Ich gehe hier nochmal ran und setze nochmal so einige Akzente nach, wo ich einfach ein bisschen dunkler nochmal raus möchte. Da kann man jetzt spielen. Das ist so flüssig, der Auftrag, dass da nicht sofort weg trocknet und dass man immer wieder was drauf geben kann oder auch wegnehmen kann, so lange, bis man ein Bild hat, was einem gefällt. Das ist so flüssig, der Auftrag, dass du siehst. So sieht dann diese Schicht getrocknet aus und wir kommen zur nächsten Schicht. Ein bisschen Farbe hinzu und das ganze mache ich jetzt mit der Rolle. Die Rolle ist ein ganz kleines bisschen feucht, nebelfeucht. Jetzt ist es ganz wichtig, nehmt nicht zu viel Farbe. Wir wollen nicht zu kleistern, sondern wir wollen einfach nur Erhebungen betonen. Und deshalb probiere ich das jetzt auch erstmal an einem kleinen Stückchen Zeitung, wie viel ich an der Farbrolle habe. Ich nehme so den Überschuss so ein bisschen weg und kriege so ein Gefühl für die Farbe. Und jetzt kann ich loslegen und einige Stellen einfach betonen. Ich gehe jetzt mal an den Rand. Da zeigt sich dann so ein bisschen schon mal die orangefarbene Färbung. Das ist jetzt mit ganz leichter Hand. Ich rolle das nicht zu wie eine Mauer oder wie eine Wand, sondern ich will einfach nur, dass die höheren Stellen in meinem Bild sich quasi die Farbe aus der Farbrolle nehmen. Das ist jetzt mit der Farbe aus der Farbe. Das ist jetzt mit der Farbe aus der Farbe. Und als letzten Schritt, farblichen Schritt, nehme ich dunkelbraune Acrylfarbe, verstreiche die ein bisschen, dass sie sehr trocken wird, dass sie also nicht matschig ist, sondern eher pulverig an der Hand. Mit den Händen arbeite ich sehr gerne. Und gehe dann nochmal drüber in der Mitte und hole so ein bisschen noch diese höheren Stellen raus und gebe hier nochmal so eine Verstärkung rein, dass die Mitte noch so ein bisschen spannender wird. Musik 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 Nachdem dann die letzte Farbschicht getrocknet ist, kommt Acryllack auf das Bild. Ich empfehle grundsätzlich die Bilder mit Lack zu versehen. Das muss nicht glänzend sein. Das ist hier auch nur ein Seidenglanz. Das kann man also in matt machen. Das kann man glänzend machen. Je nach Geschmack. Aber ich empfehle es, weil es einfach die Brillanz der Farben noch deutlich hervorhebt. Außerdem ist euer Bild besser geschützt. Gerade weil es so ein bisschen Strukturen hat, weil die Risse ja doch deutlich da sind, kann sich da im Laufe der Zeit dann auch ein bisschen Staub reinsetzen. Und das kann man dann also deutlich besser mal mit einem feuchten Tuch abwischen, wenn Lack drauf ist. Musik Musik Ich versuche hier viel Lack in die Vertiefungen zu bringen. Dadurch wird der Auftrag ein bisschen dicker. Das bleibt aber so nicht stehen. Ich gehe nachher nochmal drüber und nehme quasi den Überschuss weg. Und ich lackiere natürlich auch die Ränder, damit das Ganze ein einheitliches Erscheinungsbild hat. Musik Musik Und dann muss euer Bild ein letztes Mal trocknen und eure erste Arbeit mit Marmormehl ist fertig. Musik Musik Und dann muss ich die Ränder mit Marmormehl sein. Musik 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 Vielen Dank.